und damit herzlich willkommen zu seven days to die da fällt mir gerade ein ich muss ja mal kurz hier das bild noch mal schnell weg machen spiel beitreten mit ip für die schweizer ja denkt dran die ip zu ver also hast du ich oder natürlich ich weiß nicht was mir den update reinkam ich kann es nicht die frage ist keine ahnung nicht viel tatsächlich was eigentlich kam gar nichts neues rein nur bug fixes ich glaube ja ich glaube auch nicht viel eigentlich bei euch männer dass wir das hier netz sein mit flirten hat eigentlich die garage aufgelassen wofür haben wir eine garage wenn sie keiner zu macht soweit ich weiß bin ich der letzte gewesen der reingefahren ist von daher kann ich nicht immer wieder ins haus kann sein dass ich vielleicht den server gleich nochmal neu starten oh mein gott wieso das denn weil ich doch wissen wollte ob wir nicht share it map kriegen ja eine pflänzchen irgendwie rennet der grad die grafik so komisch ist der in die dynamische auflösung will ich nicht aus weg mit der dynamischen auflösung aber es ist irgendwie ganz komisch hast du bei dir die dynamische auflösung ansano ich glaube nicht ich guck gleich noch mal weil wenn nicht ich habe jetzt nur noch ich finde grad nix ich denke nicht dass wir das machen können muss ich mal weiter fragen zum wald war die jetzt eigentlich schon ich habe am dach nur noch 20 frames was soll das jetzt wissen ob ich die dynamische auflösung an hat ja folgt ja modus dynamische auflösung habe ich aus aus wie hast du die qualität den qualitätssetting benutzer definiert kantenkletzung ultra textur qualität ganz textur filter ultra plus und so ein bisschen rumgespielt hoch und plus an weit hoch 100 100 ultra hoch ultra an aus normal an hoch an blumen habe ich aus tisch mit schärfe habe ich aus bewegungs und schärfe habe ich aus ss hau habe ich an und ss reflection habe ich auf hoch sonnenstrahlen an gelände qualität ultra hoch ultra macht frame technisch aber jetzt auch nicht so ein riesen unterschied stream so die cpu oder die gpu extreme über gpu wie viel frames hast du am dach auf dem dach teilweise noch 21 frames auf dem dach 33 grad 30 37 37 34 43 dann weiß ich nicht was bei mir 43 43 aber warte mal irgendwie nur noch 20 20 fans auf dem dach so wie soll die auch keine musik mehr weil ich die ausgestellt habe ich habe im hintergrund selbst musik dann mache ich das auch mal so es kommt mir hier keine so oh airdrop sehr nice ich weiß nicht was ich untergestellt habe aber ich habe irgendein speichern geändert habe ich 50 frames hier wie feste 50 aber ich weiß nicht welche ausgelöst hat ich habe sie dynamisch wieder aktiviert auf automatisch 50 frames ich weiß nicht wie so 40 44 es kommt halt immer drauf an wo du hin guckst ja jetzt habe ich dauerhaft 50 ich habe ultra plus rausgemacht und auf ultra ich glaube ich mal komplett raus 62 habe ich jetzt hier teilweise das passt das ultra plus hat halt echt enorm gefressen okay die schatten distanz fest so viel denn es auf nach stelle habe ich 30 frames wenn ich sie ausschalte habe ich 50 frames aber dann sieht es ein bisschen komisch aus dem spiel aber egal gut ne passt die schein distanz habe ich einfach auf mittel gemacht jetzt 66 frames das in ordnung außer er rendert halt was neu rein dann trotz kurz keine ahnung aber das hatte ich das letzte mal schon das problem dass er irgendwie angefangen hat die frames zu droppen jetzt am dach nur noch 30 frames ja aber dafür ist das spiel bekannt dass es auf einen schlag anfängt ja und das ist halt schlimmer wird je größer die wellen im blutmund werden keine ahnung das ist gut du bist aus und dein besten freund wenn deine tochter wie hast du den dinger spazieren gegangen ich war spiro den schlammer die wir als genau das lied war schon cool aber nicht so cool wie du ist Wie oft denn immer gibt es einen Nein für mir, ah ich habe nichts dabei, einen Kaffee trinken zu gehen, erhalte mich nur einmal großsex ist zu beischungen Mann und ich soll mich sagen Nein! Eii-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Mit dem König in Ruhe? Er ist ja nichts, es sind so Einteiler. Ich habe keine Ahnung was du meinst Möllchen. weg damit weg damit also ich sag ihm weg machen ist kein problem ganz ähnlich mehr abbauen weil er schon beschädigt ist geil irgendjemand hat die kiste beschädigt wir müssen holz hacken wir haben kein holz mehr wir haben kein holz alles weg da waren 6000 holz drin das kann ich sagen dass weg ist ich weiß schon wo das ist wahrscheinlich im ofen oder nee da sind 375 wir sind 303 wird im hier drin sind über 2000 holz wer hat das schreiber trotzdem ist mal holz hackt aber nicht heute wie viel 41 42 ist blutmunde ja ich gehe den airtrop snacken bei samen und sporen sind ja die brauche ich halt zum bauen wobei jetzt momentan nicht mehr die kannst wieder zurück ich brauche dann keine auf fahrzeuge wir haben ja zwei autos inzwischen beide autos fehlen da drin sind nur fahrräder die kannst du doch mit er kannst du auswählen ja dann wir müssen eh umbauen irgendwann ja dann am besten gleich welche bauen die beschädigbar sind ouch was ist dieses morphsuit ja genau richtig 100 fps ja richtig gelohnt ein bisschen rumzuschrauben ich habe so im fels draußen 100 fps das ist ganz in ordnung das ist richtig die mietze katze die laden ein bisschen ungenehm es wird halt weniger wenn du zu einer stadt kommst weil einfach die engine dann zuviel rendern muss ja ich denke halt auch mal dass in der engine selbst durch den generator werden halt in vielen gebäuden und deshalb ist nicht abgeschlossen und zieht dann einfach ja es ist halt noch nicht fertig das spiel wobei ich nicht glaubt dass sie das ändern werden ja das müsste prinzipiell ändern das ist ja eine feine abstimmung wenn dann kommt das ganze zum schluss ja ja ich mach doch mal ein bisschen holz feine abstimmung kommt wenn dann ganz zum schluss hast du noch ein paar ich hab noch 13 stück ja 25 sind auch noch da ok passt ich überlegen mir gerade ob ich ein paar gips hier machen sollen kann zumachen kann man immer brauchen äh schreier vor der tür ich bin nicht da also kann ich jetzt grad nicht Zeit Entschuldigung Devote ich bin nicht da jetzt hab ich mir auf 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 bei Ah, Stofffetzen haben wir in Natur, oder? Wir brauchen unbedingt Stofffetzen. Wie meinst du das, Möhre? Ach so, du... Ach, der wollte mit dir Karte trinken, obwohl er eine Freundin hatte, oder wie? Hä, oder? Verstehe ich das jetzt richtig? Der wollte mit dir fremdgehen. Ecki, servus, eine Wunderschöne. Das sollte erstmal reichen, oder? Wie geht's dir stets? Das soll passen. Wie geht's dir stets, Ecki? Alles gut? Das passiert mir ziemlich oft, dann nehme ich jetzt ein Nein von mir, aber eigentlich ist das ja nicht egal. Ach so. Wie, du hast bis eben gepennt? Wow. Nice. Auch bei dir, Ecki. Bist du das Mittag ins Bett, oder wie? Messing haben wir halt gar nichts mehr, ne? Wie kriegen wir das? Messing? Wie war das? Ach so, wir hülsen nicht. Ja, Türgriffe und so. Alles, was halt Messing ist. Die Messing-Trophäen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwann noch mal eine Mine gibt für Messing. Aber müssen wir wenden als Kupfer. Braucht man eine Kupfer-Mine. Messing... In bestimmten Ecki nichts, ein Schlafmythmus kaputt. Welcher Schlafmythmus, und was ist das? Ich glaub nicht, dass... Wo hast du den her? Das ist einfach ein Rohstoff, den du sammeln musst, glaube ich. Ich habe, ich habe... Also ich kann Messing aus Türgriffen holen, oder so. Ich weiß nicht, wie das geht. Muss ich doch viel auf die Tür unterschlagen. Ne, du musst halt einfach... doch klappt schon immer zum nachbarn was wollte ich jetzt mal ich habe keine ahnung bevor der blutmond losgeht lade ich euch erst mal ein wäre vielleicht ganz cool wo ist das blöde chicken jetzt hin das scheiß chicken nicht mehr nimmst du an ja ja ich gehe noch mal ganz kurz für kleine mädels gleich ist klar ich werde zum kompletten gegenteil meine das heißt du wirst nett im nachbarn hast du diese sachen wieder gespawnt ja dann hol sie doch mal ich will gerade holz machen wie gesagt paul dann wirst du nett oder wie bist du nett zuvorkommend ein toxic pock paul oder wie ist das das blicken hat sich auf den wings davon gemacht ja absolut was das fliegt davon oder wie das kann man auch ja bitte milchshake da muss man fast machen weil die dann schlecht werden nimmst du das bitte ne wobei das keine nüsse sind sondern es sind m&ms ohne nüsse Chinat so anstatt das glas mitzunehmen möchte um im Hoyturingleaggerzen demn ist mit läuft bei ihr nee passt schon wenn so mit nun hatte абсолютs verfolge die ganze zeit hier in in eine ja klar Nee, nee. Was, du kommst gleich. Ecki Stein. Servus. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Hallöchen. Ich sag ja, äh, Paul wird dann zum, zum Lieben. Einfach im Zündnis, was ich eigentlich doch bist du komplett, Paul. Du bist doch der emotionsloseste Mensch überhaupt. Baker. Ecki und Ecki Stein. Aber Ecki. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Zufall, dass ihr zwei da seid. Und in einem anderen Chat hab ich auch schon Ecki mit CK gelesen. Das gab ich bei Ecki Stein auch öfters mal im Chat. Lustigerweise. Es gibt nur einen Ecki Stein, das stimmt, ja. Und das Essen. Ja, ja, ja. Leute, Leute von heute. Ihr müsst doch wissen, wie ihr mit Frauen umgeht. Das ist das Problem. Das lernt man auf der Schule nicht. Ja, Leute. Das kann einem nur die eigene Lebenserfahrung beibringen. Wieder da. Hallo. Der gute Ecki kommt auch mit dazu. Nice. Das ist auch meine erste Amtshandlung. Ist natürlich... Ja. 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 Ups. Falsch. Aha. One Terra. One Terra. One Terra. Ja. One Terra. Glück gehabt. Fast. 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 So. Aber freut mich, dass der gute Ecki auch dabei ist. Weißt du, was? Ich hoffe, dass wenn das Game fertig ist, dass vielleicht mehr Quests kommen. Meinst du, das Game wird fertig, bevor Star Citizen fertig wird? Ich denke nicht. Ich glaube auch nicht. Wobei Star Citizen, glaube ich, seit 2009. Schweizer, du bist echt ein Egoist. Warum? Parkt das Auto so vor der Scheißgarage, dass man nicht mehr rauskommt mit seinen Fahrzeugen. Rügel ist einfach zusammen. Ist gar kein Problem. Kannst du reinsteigen? Ja, hier. Ich habe es einfach mal in meine Tasche gepackt, dieses göttliche Motorrad. Ich bin mir eben auf der Suche nach Hirschen. Jo, die Sachen müssen wieder gesponsert und dann startet das Nachbarsatz wieder Loot drin, gell? Nice. Also wir haben jetzt wieder 5000 Holz, nur zur Info. Wir waren mal ein bisschen auf der Suche. Ja, bis Ecki kommt, dann ist das ganz Holz wieder weg. Hey Ecki, grüß dich. Oh. Was ist denn das? So. Können die Fahrzeuge eigentlich auch explodieren? Äh. Ich glaube. Ich bin Skam. Au. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich werde keinen Hirsch im Wintergebiet finden. Brauchst du noch einen Hirsch? Weil ich habe ja, ich habe eigentlich ja schon einen erschossen gehabt. Zwei Stück brauche ich. Oh, okay. Was kann ich denn mit den Kartoffeln machen? Die Backhähne-Kartoffeln? Ja, aber bringt kaum was, glaube ich. Henne-Eintopf, aber das kann ich noch nicht. Da kann ich mal ein Steak mit Kartoffeln. Oh, Steak mit Kartoffeln. Was brauche ich denn dafür? Ach, scheiße. Das kann ich gar nicht. Ich habe kein Rezept dafür. Mörchen, du gehst ins Bett. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du wieder da warst. Bis zum nächsten Mal. Und weiterhin viel Erfolg. Viel Spaß. Bis bald. Und einen schönen Wochenanfang wünsche ich dir. Manchmal geht es schnell, dass man denkt, du sagst es. Vor allem kommt es manchmal genau dann, wenn man nicht damit rechnet. Das zeigt meine Erfahrung echt so. Sklarf auf jeden Fall gut, Mörchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. was warum ja anscheinend ist der loot echt wieder respawn ok es wird dunkel danke dir für 50 pittys leider zu wenig für den sounderlern alles gut mein lieber alles dankeschön 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 was ich momentan mache was machst du momentan dankeschön und da kam noch der milchshake zur tür rein oja geiler milchshake gut gut get lost das machen sobald wir den haben wir haben weil der blutwunsch durch ist ja und auch ein hubschrauber nein das ist ja langweilig ich habe ein baubeln für immer viel für den haben will das auto ich habe eine airdrop detektet ich hatte gerade gelesen auto-aim detektet okay und 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 Ich bin am Haus. Messing suchen. Dann ist das der Aero da unten. Juhu. Ich brauche kurz eine Mission. Aber was braucht man eigentlich für einen Penner? Einen Topf Kartoffeln. Verrottetes Fleisch. Okay. Dürfen wir eigentlich alles da haben, oder? Oh nein. Es sind alle Maiskolben verarbeitet. Ich habe nichts verarbeitet. Das war es, wenn du verarbeitet. Schreier ist da. Machst du schon, Ecki, oder? Ja, ich habe schon. Sehr gut. Hä? Ich verstehe das nicht. Sind da echt keine mehr da? Au. Kommt's klar, oder soll ich? Oh, warte mal. Ja, ja. Warte auf einmal zu stück. Warum kannst du ja nicht mitspielen, Sammert? Kommt noch mehr gerade. Wollte ich nur ein bisschen ärgern, darf man das nicht? Wenn nein, dann soll ich... Nee, natürlich darfst du mich ärgern. Du darfst mich so viel ärgern, wie du möchtest, mein Lieber. Dafür ist es ja da, oder? Ah, nee. Doch, noch mal einen. Dafür ist es doch da. Achso. Okay, sie kann das auch machen. Hopp, hopp. Hopp, hopp. So. So, wo waren hier jetzt nochmal die Bücherei? Oh, geil. Voll der Drift. Juhu. Oh, Driften. Mühen. Boah, das ist eine Katze. Aber wie hast du... Hier hast du was? Hä? Hä? Ähm... Zomber hat so ein kleines Problem mit Zensilmerkrankheit. Oha. So schlecht. Mighty here. Fleisch. Fleisch ist immer gut. Oh, da ist ein Lea. Den nehmen wir doch auch gleich. Das geht auch mal ordentlich schön gleich. Welch. Ich muss mich anfassen. Oha. Mein Gott. Shit. Nachladen, bitte. Danke. Diejenigen, die im Haus sind, können die mal gucken, ob die Stilistation ready ist. dann kann man nämlich wieder ausmachen dass sie kein holz im haus ich habe es vorhin schon angesprochen ecke bezüglich community sette der änderung soll ich es für alle sagen oder soll ich mich schnell muten du kannst auch gern für alle sagen wir haben ja eh schon drüber gesprochen ja ich habe es vorhin auch schon mal im stream erwähnt gehabt es wird den den bisherigen bekannten community sette der in nächster zeit erstmal nicht mehr geben beziehungsweise nur noch einmal im monat oder maximal zweimal im monat aufgrund dessen weil die nachfrage einfach über nach unten gegangen ist und natürlich wenn die nachfrage nicht mehr da ist dann werden wir das ganze einfach reduzieren wir werden natürlich am samstag wieder also weiterhin zocken das heißt es gibt trotzdem ein stream nur dass wir das in einer ausgewählten vorherigen bestimmten gruppe machen werden und natürlich seid ihr eingeladen weiterhin mit mitzocken allerdings wie gesagt es gibt jetzt nicht mehr so das typische abstimmen und so weiter und dass wir sagen wir spielen jetzt das und spielen das mit der ganzen community sondern wie gesagt dann in ausgewählter gruppe dass wir irgendetwas zusammenspielen wie zum beispiel von ein point beispiel als einfach nur als beispiel wir zocken zusammen zu viert jetzt borderlands oder sowas in art ja damit wollen wir sagen dass du nicht mehr gekommen bist ja habe ich mir fast gedacht dann macht es mal gut gut du es liegt mit sicherheit auch im sommer dass die leute jetzt unternehmen wollen kann ich absolut nachvollziehen das ist immer auch ein unterschied war corona krise und alles waren viele daheim ja du musst halt auch so rechnen das problem an sich ist momentan auch verpiss dich du scheiß und das problem momentan ist auch einfach halt wenn wir so spiele wie among us anbieten und wir stehen dann plötzlich zu viert da und und wir reagieren halt entsprechend darauf dass wir sagen wir werden halt den community saturday seltener anbieten ja klar also level zwei waffen werde ich jetzt nicht mehr mitnehmen ich meine das wird es wird sicherlich auch wieder kommen wird sich oder mehr werden ist jetzt das besseres oder wie sagen und das sagt sie level zwei wirst jetzt nicht mehr mitnehmen nee das problem ist einfach vom looter werde ich sie nicht mehr mitnehmen weil es ja einfach das inventar so unwahrscheinlich schnell zu müllen du nichts decken kannst und level 2 waffen also ich weiß nicht ob waffen teile raus kommen aber das könnt ihr sein ist bei uns sollten genügend das ja sind genug da wenn die nächste welle kommt bestimmt mit sicherheit ja mit sicherheit und bis dahin haben vielleicht auch alle anderen wieder mehr bock drauf und das passt schon alles gut muss auch sagen mir macht es richtig spaß auch mit der gruppe hier zu spielen also richtig gut ja hat was ich brauche hier noch das mittler mit schweizer macht ihn nur mit du hast die gipsen gemeint gelb ja ich habe es ausgemacht und liegen lassen ich kann auch gleich einsortieren eigentlich immer die kiste ich kann auch gleich einsortieren eigentlich immer die kiste ja und nichts damit eingebsten nichts da es ist mir kalt und zieh dir was an sie fix die missmacht ich kann das mein haus geweckt moin mummchen tja wenn das dein haus ist dann also ganz ehrlich also fechte habt ich werde es jetzt ausräubern weil es erschießt auf die schimmelwand was das ist eine lüge was ich kann das einschlussloch zeigen da hinten naja kannst du das kannst du das soll ich dir den kopf an den kopf werfen oh wow willst du den kopf an den kopf werfen fangen wir schon wieder an zu drohen mhm willst du den kopf an meinen kopf werfen spannend steine oh und hier gibt es Rezept für maisbrot für alle die es noch nichts haben mhm ok verstehe mummchen du bist da das schweiz das ist immer halt Katzenfutter hmm lecker 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 wievielte Blutmond ist das eigentlich nein wir haben den 42. Tag und den 42. Tag ist dann mehr oder weniger das sechste Blutmond dass dann der sechste blutmund hast du gehst dann raus ich wünsche dir eine gute nacht bis zum nächsten mal ich freue mich macht's gut aus gutem grund eigentlich müssen wir Eros-Tiere einschlagen weil da hat jemand nicht geklaut da war ja was ein Kommentar ein Kommentar Baby das ist eine Desert Eagle ist ja nicht so als hättest du eh die besten Waffen unter uns mit deinem Lichtschwert besser willst du mich mit dem Auto abholen kommen überfallen wo ist Blut noch? ich weiß nicht ich kann mich nicht darin, dass du hier als Netz von mir warst hol dich ab, Sano hallo, was soll das? was soll das? was soll das? was soll das? äh, Ero? ja glaube ich kurz in dein Zimmer was siehst du da? was siehst du da? äh, die Dings kannst du austauschen neue ähm, könnt ihr für, einmal für Kürbiskuchen, einmal für Maisbrot ja, das kann dann jemand anderes lernen, das habe ich ja schon und ich habe Magnum voll Strecker so, kannst du das hier auch dazu machen da bist du ähm, das Fenster schaut aber nicht schön aus ich bin nur kurz mit klein ähm da wo war ich gerade mit der Medics hat er ein Gebot-Zombie okay einer geht noch haha metal der ist noch ein bisschen Eisen ein bisschen Blei mit Spaß ach du wolltest nur material abgeholt haben hast du gerade sie spaß gesagt ich habe gesagt viel spaß das kann jeder behaupten soll ich noch hier bleiben mit dem haus wenn du willst kannst sie hier ja schweizer braucht das gerade ähnlich das auto wir haben jetzt wollte sich ja genau es ist der rohne extra wo willst du das hin haben unter medics oder waffenteile alles allein machen jetzt das auto da ist kann man wieder jeden scheiß mitnehmen eigentlich sagt er ist da oben gar nichts na gut hier ist noch die konsole das ist doch schön oh, möchtest du jetzt unter die näher gehen hier ist gaming pc was für ein rechner was ist da was hat der drin das ist ja sehr alter in dir glaube ich dann würde ich nicht mehr mit handschuhen anfassen mini tower oh gott das war tatsächlich das einzige zimmer wo es tut da war nichts du musst ja angewinnen die bilder kaputt zu haben ja mache ich eigentlich eigentlich macht er das immer also hier im haus ist wohl nichts mehr auf euch die bilder das weicht nix das haus gut brauchen wir eigentlich irgendein bestimmtes material messen irgendwas was fehlt beim messing kunststoff und sowas auch grundschaft braucht man immer mehr als genug also wir brauchen es zwar aber eigentlich haben wir momentan mehr als genug wir können das eh noch nicht wirklich verbauen ich fahr mal wieder zurück ja komm ich auch ich fahre in die falsche richtung oder? ja schon hör auf zu lachen Entschuldigung gut wie viel benzin war eigentlich noch da? boah hast du nicht noch eine ganze menge hergestellt am ende vom letzten mal? mhm ja wenn ich nach dem blutmund würde ich das mal durchs Leben durchfahren gehen kann mir jemand eine Spitzhacke äh äh erstellen? eine Spitzhacke? mhm ähm ich schau grad ob eine da ist ne ist keine da sorry doch eine ist da eine zweier Spitzhacke weil dann würde ich nachher farmen gehen eine zweier Spitzhacke ist da eine zweier Spitzhacke ist da es ist Blutmund müssen wir in dem Haus irgendwas vorbereiten oder so? ne ne wir gehen eh wieder woanders hin warum brennt eigentlich die Schmelze? schmelze? ich verstehe äh weil da was eingeschmolzen ist wahrscheinlich nicht schmolze so Patronenhülsen sind fertig ich leg's an die Munition rein äh Messing kannst du gleich in die Schmelze legen ne so so ok mach ich haben wir jetzt schon eine zweite Klamottenkiste eigentlich? ja ich glaub die eine unbeschriftete da oben ne hm Rezepte ich hab da ein Rezept reingelegt ach da ist die Desert wo ist die Desert? in seine Hand meinst? rumscherweise bei mir im Inventar ich weiß auch nicht warum oder bei dir? ne ich brauch's den nicht ne die war im Auto ich hab eben das Auto ausgeräumt ne ich weiß bei mir im Inventar hast du Speck? die Desert Eagle kann nehmen ja ich für Aero hier schön Schimmel Schimmel verschimmeltes Brot verschimmeltes Fleisch hä? wo was? achso bei der verschimmelte Aero bei den Nahkampfer von Werkzeiten ich werde sie auf den Grund verlangsam machen was sollen das heißen äh Schweizer was tun? verschimmelte Aero ich geb dir gleich mit meiner Feuerachse das ist eine mal einen leichten Stoß auf den Hinterkopf wie gehört das der Wunderbücher? ich steh drauf dann kriegst du keinen ja viele Muni haben wir nicht für die die Desert die kann ich herstellen 44er ich hab's auf jeden Fall mit Waffenkiste 2 reingetan ja die 44er Muni kann ich herstellen das ist kein Problem ja ich glaub der Schweizer hat viele 44er aber dann der Volver hat ja wie schauten die Desert aus? hier ist Waffenkiste 2 bin ich drin? bin ich doof? wo ist denn die? links unten? also die müssen ziemlich weit unten sein ah oder sie ist vor den Farben das kann auch sein da war noch ah jetzt halt ja genau passt da noch warum warum ist denn da ein Schützengewehr mit drinnen? ein taktisches Sturmgewehr ja k ne taktisches Sturmgewehr und Schützengewehr ist drinnen ja ich hab ein Level 3 Sturmgewehr und ein Schützengewehr Level 4 ok ich seh gerade das Schützengewehr ist wesentlich besser wie meine AK ich seh gerade aber meine AK aber meine AK hat ein größtes Magazin und mehr Schuss pro Minute boah das ist natürlich eine gute Frage können wir solche Gewehre aufwerten? ne gell nein das kann ja nur ein Waffenschmiede in dem er sie baut weil ich ja grad ein bisschen aufskillen boah wo kommen die Knarre hin? ne keine Ahnung oh die ist bei Waffen mit dabei ne weiß jemand von euch wann äh Forest 2 rauskommen soll? ja also soll auf jeden Fall auch ein halbes Jahr dauern war die letzte Info ok immer noch keinen offiziellen Gameplay für elle ich schätze sogar dass es noch länger dauert da warte ich schon die ganze Zeit drauf also ich war ja vom Forest 1 sehr sehr enttäuscht ich fand es super weil es immer noch so verbuggt ist ja ja das ist es warum ist in Metall 3.300 Benzin die Frage die nächste Frage wir haben über 10.000 Benzin erstmal ich glaub den haben wir es jetzt nochmal oben zu den Autoteilen dazu ne mit Sprit nitratpulver kommt das in medic? ja ok Flasche mit Säure bestimmt auch ne ne naja eher nicht ne das ist oh ich weel ich weiß nicht du 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 Oh Oh nice, meine Axt schimmert blau. Ja gut, ich würde sagen, während wir den Sonnenaufgang starten, mache ich mal eine 2 Minuten kurze Zwischenpause, Ausrufezeichen, join in den Chat, Leute. Bis gleich. Ja, warte, 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 warte. Ja, los, los, los. Join, join im Join. Und. Oh. Was muss ich denn lernen, damit das Waffenlevel höher wird beim Herstellen? Ah, Maschinengewehrschütze, okay. Und hier muss ich was lernen? Bauplan Magnum. Ja, du musst halt irgendwas Geschütze herstellen. Das habe ich aber schon, ne? Geschütze herstellen. Oh, nice. Ecki, Schweizer und meine Wenigkeit haben 333 gewonnen. Oh, die besten. Oh, die besten. Oh, die besten. Nice, du. Immer die, die es verdienen. Das sehe ich genauso. Ich würde eher sagen, äh, aus Mitleid, aber sage ich nicht. Kann natürlich auch sein. Rikishi ist auch mit am Start, servus. Hm, was können wir eigentlich mit Diamanten machen, weil ich habe ja letztens mal Diamanten gefunden. Ah, können wir nur verkaufen anscheinend. Ah, ne, Rezepte. Diamantenspitzklingeln-Mod. Äh, die Kunst des Bergbaus. Jedes Handwerkzeug oder jede Klingenwaffe degradiert mit dieser Modifikation 40%. Ah, okay. Ja, okay, dann lass ich die Diamanten sein. Die Diamanten sind nicht schlecht. Verlebt und leidet. Oh je, du armen. Rikishi, wie geht's dir? Bist du schon Arbeit? Diamantenspitzklingeln-Mod. Was braucht er? Kunst des Bergbaus Band 2. Hatten wir den nicht? Nö. Wo hast du die Rezepte hin oder hast du die selbst gelernt, Eki? Ne, die habe ich in... Oh, was ist das? Äh, Rezeptbücherkiste. Ah, da habe ich den Käsekuchen gelernt wahrscheinlich. Der war nicht dabei, ein Taco-Rezept war dabei. Was ist da oben drin? Ist das Auto leer? Mhm. Okay. Wunderbar. Die Pilze, ne? Naja. Fischbar. Echt. Ich hab's vor, wie... Hast du's gegen meine Pilze gesagt? Wie in so einer Bessi-Bude. Das ist ja der Pilzwand. Drei. 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 Wachsen gut. Lass meine Pilze in Ruhe. Wenn wir's hoch. Ah ne, doch nicht mal Auto. Fünf Teile. Was brauchen wir steinbruchtechnisch? Brauchen wir Blei oder was brauchen wir? Ähm... Eigentlich für Benzin, ne? Äh... Ölschiefer, ja. Das haben wir nicht in der Nähe. Ja, das haben wir nicht in der Nähe. Ne, ne, da fahr ich nachher hin. Ansonsten Eisen, Blei können wir immer gebrauchen. Wie geh ich mal auf Eisen? Schmeißt du denn dein Ernst? Ich denke, viel verschwenden Arbeit wird gut. Haben wir morgen Dienstag. Weil am Wochenende muss ich nur bis 19.30. Ja, nein. Sehr cool. Wie soll ich hier rauskommen? Bist du dann endlich mal wieder mit dabei? Oder wie schaut's aus? So, wir haben immer rauskommen im Auto, ja? Jetzt tun wir nicht so. Bist du dann mal wieder mit dabei und zocken? Oder was ist da los? Shotgun Messias ist nicht respawned. In der City. Was? Nein. Weil wir wahrscheinlich auf dem Dach was gebaut haben. Überall wo wir geballt haben respawned glaub ich nichts. Woran seh ich eigentlich, wieviel XP ich brauche um zum nächsten Level aufzukommen? Also in Zahlen? Nicht nur in Grafik da unten dran? Äh, gar nicht glaub ich. Okay. Ich versteh, ich versteh. Du bist Samstag mit am Start. Ja, den Kishi in Komitisa Day gibt's erstmal nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr so in diesem Ausmaß. Ich hab's vorhin schon erklärt gehabt. Ich bin jetzt nicht mehr so in diesem Ausmaß. In der City ist nicht wirklich viel respawned. Gewisse Hose haben was, gewisse nicht. Ja, es wird wahrscheinlich halt, es wird halt auch wahrscheinlich in der Reihenfolge despawned sein, äh, respawned sein, der wir angefangen haben's abzubauen. Das war natürlich jede Siedlung als erstes. Ja, du wirst zu viel arbeiten in Rekishi. Kriegst es nicht mit. Ne, wir müssen einen Mod-Talk machen, damit wir uns absprechen, damit wir uns mal wieder synchronisieren. Entschuldigung. Oder, wenn Mistik Zeit und Lust hast, könntet ihr mal kurz einen Talk schnell machen, dann erklärt es dir vielleicht schnell. Ich weiß nicht, ob da was möglich wäre. Und ob sie Lust und Bock drauf hat. Wobei, man weiß es nicht. Wir sind natürlich jetzt dazu nicht drängen, wir können das gerne auch im Benötig, ähm, im Mod-Talk machen. Ähm, ja. Los, mach halt offline, äh, offroad. Ich dachte schon Country Road. Was muss ich leveln, dass ich, äh, mehr Ausdauer hab? Was war das? Äh, äh, Schneck, äh, Tyrannus-Ausgex. Ja, das hab ich schon. Voll. Hm, ich hab'n Diamant gefunden. Im Post Office. Na, da hat er jemand verschickt, oder? Diamanten. Hä? Ich glaub, wir müssen mal im Mutterboden wieder erstellen, damit immer dieses riesige Loch mal ein bisschen zu machen können. Okay. Äh, Airdrop Detected. Da ist immer noch ein Airdrop, den wir noch nicht abgeholt haben. Hm, könnte sein. Könnten wir vielleicht mal machen. Nein, jetzt hab ich schon wieder Boss und RPG verpassen. Mendo! Apropos. Und das Geld ist weg. Apropos. Und ich gewinn alles. Von zwei. Ach, zum Glück. Ist ja nicht so, als würdest du sie nicht gönnen, gell? Also, so ist es nicht. Ja, mhm. Hä? Was sagst du denn das jetzt so abwertend? Krieg ich jetzt gar nicht. Okay. Na, Sven, wenigstens du gewinnst. Sehr schön. GG sag ich. Sehr nice. Schöne, du könntest Repackers herstellen, ne? Yes. Was? Ich will doch, aber ich habe eine steile Axt. Was machst? Eine steile Axt. Feuerwehrachse ist sehr gut. Aber ich habe da neulich, äh, vorhin erst eine neue Axt gefunden. Zwar Level 1, aber die ist ziemlich stark. Ach, stimmt. Wovre, wir sind ja noch auf schwer. Ach, stimmt, das ist nicht zu, weil ich nicht mal auf dem? Ich habe das Gegenstum. Wovre, wir sind ja noch schießt. Quatsch. Zano, wann geht es bei dir mit Outdoor Birds weiter? Demnächst. Warum hast du pausiert eigentlich? Oder fängst du noch mal von vorne an? Nein, ich fang nicht von vorne an. Warum habe ich pausiert? Ja, weil ich halt nicht mehr da war. Naja, das schon, aber du hast ja jetzt mit Diablo angefangen. Ja gut, das liegt aber daran, dass die Season eingestellt hat. Ah, ok. Also einfach nur zwischen reingeschoben. Das liegt einfach an der Season. So. Hey, ich habe gerade Gold gefunden. Joll. Ja, kannst du beim Trailer tauschen. Aber das brauchen wir für nicht. Ja gut, aber wenn nur ein einzelne ist, aber immerhin. Und so. Ich muss mich weiter auf Hübertragen. Jetzt komme ich noch mal rein. Und so. 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 Das ist da, ja. Und so. Und so. Und so. Und so. Das sind 3 Teller Spagetten für euch. Oh geil. Was stellst du dir her? Da brauchen wir. Ich brauch Rindfleischrationen, Nudeln, Pilze, Tierfett und Wasser. Wie viel bringen sie? 122. Wow, geil. Ich hab jetzt Penner-Eintopf gelernt. Bin gespannt. Nein, da passt zu dir. Na, ich die mache. Die koche ich ja für dich. Ich kann's das einfach fressen, ey. Okay, mach ich. Ah, fuck, Alter. Alte Minecraft-Regeln brauchen niemals direkt. Den Block über dir ab. Wegen Lava oder Mops. Ja gut, das gibt's hier halt nicht. Zum Glück. Eki, was machst du so draußen? Mhm. Irgendwo. Verschlebt. Ah. Aha, Eki macht Einzelmissionen hier. Voll der Egoist, ey. Da kann der seine ganzen Gemüsesachen für sich behält. Hä? Mach ich überhaupt nicht. Ich bin grad im Steinbruch und arbeite hart, damit wir genug Metall haben. Ja, ja. Ja, ja. Sag ich auch mal. Ist so. Ich hab schon 4.000 Eisen und 1.900 Blei. Und dein Ende ist noch nicht in Sicht. Wobei, wir müssen uns bald mal auf den Blutmond vorbereiten. Müssen wir an dem Haus irgendwas verstärken oder so? Achso, wir wollten auf die Brücke irgendein Hindernis noch bauen, dass die ja nicht so schnell rüberkommen. Können wir sie besser abbadern können. Achso, ja. Nicht auf der Brücke, sondern ich glaub auch auf der Treppe. Auf der Treppe. Ja. Ähm. Könnt ihr noch jemand mehr Munition herstellen, bitte? Schwierig. Wir haben zu wenig Messing. Was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Weiß ich nicht. Spaghetti's? Ja. Gut, die Spaghetti sind für mich. Kriegst du jetzt nicht mehr. Echt, Gerhard. Die wo sind wir jetzt alle? Ja, dann wird die anderen aber freut haben, wenn das dick ist. Ich, ich treu mit den anderen. Und du kriegst nichts mehr. Ich hab's nicht gegessen. Ja. Eins. War klar, dass du das allererstes mein Dicks erst bedienst. So kennen wir dich. Ja, ich bin auch der Koch. Wir probieren, was ich koche. Siehst du, wie der jetzt seine Sache nicht weitergeht? Hä, was gebe ich nicht weiter? Und wir fahren damit das kochen kann. Und wir fahren damit. ok ja bitte was los ich habe keine dritte dabei also brügele ich ihn jetzt auf oh gott ein tresor oder was ein waffenschrank ah ja immerhin genau da stehe ich auch der vorbe das hatte ich auch das hat sich bei mir die letzte mal überhaupt gar nicht rentiert das war etwas ärgerlich ja bei ecky wird sich auch nicht rentieren aufzuprügeln so level ist zu gering du musst den letzten schlag halt du machen sarno nee er kann ihn schon aufprügeln aber aufmachen darf er ihn halt nicht in dem moment wo der countdown läuft wo du was öffnest wird das equipment was drin ist gerollt und das ist halt entscheidend je höher das level desto besser der roll ja wenn du aufmachst zählt er doch irgendwie von drei oder zwei oder so runde ach so der erste der die kiste aufmacht da wird gerollt was drin ist ich finde es immer noch fantastisch wie ich einfach mit einer steinachsentresor aufprügeln kann ja voll das ist das von deiner stein ist dass du vorne dran gehärtet ist starr deswegen ist noch härter ja das geht nicht diamant mit diamant kannst du nicht schlagen der zerbricht sofort das ist ja viel zu hart viel zu spröde ah künstlicher diamant ach so das ist was anderes das wusste ich gar nicht medizinischer diamant naja das ist ja überleg dir mal was das wäre wenn die medizin also richtige diamanten bräuchte dann wird es einfach keine skalpels mehr geben nichts mehr schweine teuer naja und du noch vier patienten ganz gut dass die mit künstlichen diamanten zurecht kommen du kennst youtube die youtuber die diamanten im hammer zerbröseln naja das bringt klicks ich kenne auch youtuber die kaufen sich das neueste iphone am tag des releases und lassen es vom hochhaus runterfallen was machen sie viel kohle die mit so einem video verdienen können das macht man nicht alles für klicks ne ja eigentlich ums geld geht es he wichtig dem die die der 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 Was passiert eigentlich, wenn man sich bei einem Blutmond in eine Mine vergräbt? Die kramen sich durch. Echt? Ja, kann man da weichen. Kriegst du dann dafür das Eisen? Schön wär's. Wie könnten wir das Eisen während der Runtergraben sammeln eigentlich? Brauchen wir Kohle? Oho, Diamant hab ich auch gefunden. Äh, Kohle? Ja, ich glaub auch. Früher oder später. Kommt da unter Steine rein wahrscheinlich. Ich komm gleich zurück und mach mich mal ready für'n Blutmond. Oh man, ich glaub die Mission, die ich hab, ist diese Tresor. Ja, hör auf, dann ist es eh nur ein Missionswand Tresor. Wie heißt deine Mission? Oder was steht denn da? Das ist die allererste. Ich soll Vorräder aus White River suchen. Äh, ne. 4,1 Meter. 4,1 Meter. Hier fällst Schofwitzenholz. Dann sind die vergraben irgendwo draußen. Vorräder sind glaub ich immer vergraben. Er ist unten im Haus. Was soll im Haus sein? Er ist unten im Haus. Er ist jetzt wieder still heute. Besser ist das. Oh nein, da ist ein Schreier hinter. Wir nehmen das. Oh, hat's ein Ei gefallen lassen. Ich hab nen Bauchlein für ne Pumpgun, falls jemand braucht. Bin aber noch mal in der Mine erst. Ich will nur noch mal in der Ecke leben. Ich würde so schnell das. Förstere es sind mit dir keine Schroeder. Ah! 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 Scheiße, die Fackel ist gerade weggepackt. Hey, weit auf die wegzubacken, blöde Fackel. Stärke, Bergarbeiter meisterst du es vielleicht, oder? Mhm, mhm, mhm. Steht doch, glaube ich, immer in der Beschreibung dort, was du damit machen kannst. Und. Okay. 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 Ruff auf die Olga. Wenn so eine Mine zusammenbricht, wann bricht die zusammen? Während ich drin bin oder? Oh, okay. Weil ja, da plötzlich auf einmal dann mal ein Loch da war. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Schade eigentlich. Ich habe hier nie wirklich viel Mining gemacht. Aber du kannst es ja, glaube ich, stützen. Mit diesem Holzkasten oder was? Mhm. Und der Sam und Sporen willst du deinen Gammelfleisch, oder? Ja, gerne. Muchas gracias. Aero. Ja. Ja, ja, ja. Der Kuchen kommt in Medizin. Hast du Kuchen in Medizin? Ja, das ist Maisbruch. Das schimmelte. So. Kannst du Penicillin oder so was draus machen, gell? Ja. Ja. Das wäre ganz cool, wenn ihr das Essen wieder sortiert würdet, wenn ihr meinst. Neues in den Fakt. Ja. Ein Spaghetti, da. Wenn ich mir gleich eine entnehme. Ich habe mir auch schon einen gegönnt. Aber den nehme ich mir mit dem Blutmond. Äh, okay. Wenn du noch Pilze hast, würde ich mehr machen. Ja, die sind gerade noch im Wachstum. Aber kannst du haben... Und nicht die an. Wie viele Pilze brauchst du dafür? Lass mich mal schauen. Wir haben eine Spaghetti, ein Pilz. Ich habe eine neue Dreier-AK reingelegt, wenn einer haben möchte. Ah, ne. Eine Sechser wäre gut. Ja, habe ich leider nicht getrunken. Ja, ich habe sie jetzt nicht die Hande, sondern ich habe gesagt, wie ich jetzt... Hm. Hmm. Hmm. Ach ne, Nitrit war gar nicht bei Medic drin. Wo war das drin? Was denn? Nitrit war bei dir, oder? Nitrit ist bei Steine drin, glaube ich, oder? Nitrat. Nitrat, ja, bei Stein, aber bei dir in der Kiste auch. Ja, das ist halt noch die Reste, die ich vom Ringens Baum gebraucht habe für die Beete. Aber das Dach ist momentan eh voll, das heißt ihr könnt es auch gerne benutzen. Ich denke, die Goldruhenpflanze habe ich auch mal mit reingelegt in Essensrohstoffe. Was kann man damit machen, weißt du das? Tee. Ach, Tee. Damit kannst du Tee machen. Oh, Mais könntest du mitbringen. Dann könnte ich ein bisschen Pendensuppen noch machen. Ich bin grad schlitzig vom Verhungern, aber ich weiß, wo sie ist. Ja, dann essen doch. Kannst du denn so ruhen, ja? Mal gucken. Was ist der eigentlich Schrift? Wo war das Jürgen vertrocknet aus? Ah, meinst du heikel, Mensch. Na, Tote. Die Totscheide. Ah, nein. Doch. Die Totscheide. Schön. What the fuck? Alter. Was ist denn los mit euch? Was denn? Ich... Ich mach nie wieder ein Goal rein. Wieso? Ich... Einfach nie wieder... Gibt's eigentlich eine gewisse Tiefe, wo man nichts mehr abbauen kann, von der Gülle? Nee, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Was sagen die anderen? Eben. Muss begrenzt sein. Selbst Minecraft ist ja begrenzt, ja. Man hat 250 Felder oder sowas war das, glaub ich, oder? Ja, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viel hat. Äh... In Waffen liegt eine Fünferpistole. Und ein Viererschützengewehr. Wenn ich Platz finde. Die Einserwaffe nehme ich jetzt raus. So, sagt kein Mensch. Gut. Jetzt würde ich sagen, bereiten wir uns mal auf den Blutmond vor, oder? Nein. Jetzt bin ich wieder auf dem Rückweg. Ja. Ich esse noch mal kurz was. Eine Spaghetti werde ich mir gönnen, ja? Ja. Von raus. Fleisch haben wir kaum noch. Kann noch mal jemand gekochtes Fleisch machen? Wir haben keine... Haben wir noch Rohstoffe? Kann ich das machen? Äh, jaja. Fleisch habe ich mitgebracht. Selber hat die Verbindung getrennt. Er hat übrigens das Spiel verlassen. Ja, endlich ist er weg. Er hat aus Schlaß geflogen. Oh, geil. Es wackelt nicht mehr. Oh. Mein Schützengewehr wackelt nicht mehr. Wieso hat er es gewackelt? Ähm, weil ich nicht genug Modifikationen rein basteln konnte. Du hast einen anderen Griff jetzt drin, oder wie? Ja, genau. Ja, genau. Ich habe ja einen Fünfer jetzt und jetzt habe ich Mündungsbremse drin, ein Achtfachvisier und ein Zweibein. Mündungsbremse und Zweibein stabilisieren beide das Gewähl. Okay. Cool. Habt ihr eure Kisten anständig sortiert? Natürlich haben wir die Kisten anständig sortiert. Zero lügt. Haben wir nicht. Was? Was? Den nehme ich mit. Oh lol. Really? Wait. Okay. Okay, die Pistole mit Vollautomatic Mod ist echt geil. Wo hast du dir das Gewehr reingelegt, was du gesagt hast? Äh, in Waffen. In der ganz normalen Waffenkiste, da liegt die AK-47 und das Spiererschützengewehr. Da bin ich gerade drin gewesen. Ich habe nochmal reingeguckt, aber es liegt noch drin. Also 7300 Blei haben wir jetzt wieder. Einen Bauplan noch für eine Pumpgun. Liegt auch mit drinnen. Äh, da der Blutmund jetzt gleich losgeht, werde ich schonmal vorfahren und mich dann aufs Dach schonmal setzen und nochmal kurz AFK gehen. Bringt mir dann was zu essen mit, ist das in Ordnung? Was war das, ein Vierer Gewehr oder was war das? Äh, oh ihr habt einen Schreier. Das war eine AK Level 3 und ein Schützengewehr Level 4. Okay, ach da ist der Schützengewehr. 84, der macht halt schon. Aber halt nur ein 3er Magazin, gell? Haben wir den Magazin Mod? Ich glaube nicht, nein, leider nicht. Welche Munition braucht das Schützengewehr? 762? Ja. Aber da könnte man Munitionen sparen, weil die AK, die, ich habe Fernkampfschaden nur 51. Ja, das passt auf jeden Fall im Huni. Und dann schaue ich, ob ich da was rüsten kann. Alter, die haben das Haus richtig zusammengelegt hier. Holy moly. Und es geht schon wieder los. Äh, Holzbrauwe. Äh, Holzbrauwe. Äh. ja ich habe hier ein paar zombies die das ding hier gerade kaputt gemacht haben unsere hüte ist halb kaputt geschlagen das motorrad pack ich mal hier rein denn ich würde ganz ungern das motorrad verlieren welche waffen modd würdest du empfehlen für die also ich habe ein drei bein drin ansonsten eine mindungsbremse und auf jeden fall achtfach sichtbereich wenn du halten wie sie haben möchtest irgendetwas davon da haben kann jemanden mods eigentlich herstellen ja ja ich kann ein paar herstellen ich muss nachher mal gucken was ich herstellen kann ein paar mods kann ich glaube ich schon machen gibt es halt auch für jeden mod fast rezepte dass die das sturmgewehr ist kein auto automatisch einzelschuss oder das ist eine automatik muss halbautomatik ist es du musst runter von der maustaste wieder drauf ich bin aber kurz weg bis gleich oh 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 Hm. Was ist das? 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 Das sind Zombies hier? Ja das sind Standard Zombies, die habe ich vorhin übergangen beim Hochrennen. Was ist das? 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 Was? Das habe ich so ein paar Rahmen hingesetzt und ein paar Halslöcke, dass man ein bisschen weiter heraus gehen kann. Ich habe mein Motorrad mal in die Aufbewahrungskiste, da solltest du vielleicht auch das Auto rein tun. Weil nicht, dass es wirklich zerstört wird. Wo ist die Aufbauungskisse hier drinnen? Hier drinnen im Haus. Was denn? Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Problem. Müde? Wie jetzt müde? Wieso bist du noch müde? Die Wasserarbeiten scheinbar war alles gut. Habt ihr Essen ins Ding? Ich hab's in die Aufbauungskisse. Feuer haben wir auch da. 317, wie lang rennt das? Pro Holz, 40 Sekunden oder was? 264 Minuten. Dann bist du so zu mir. Was? Ja, ich glaub das sollte reichen. Ja. Bis zum nächsten Blutmond. Ich hoffe, dass wir irgendwann demnächst mal... Du erholst dich und kommst jetzt noch mit dazu? Beeinst dich, wenn du Bock hast? Oder musst du erstmal hier erholen? Weil hier auf der Kiste siehst du voll wie den Sonnenuntergang. Hier siehst du überall. Jetzt geht's los. Jetzt kommen gleich nur Adler und die uns zepfleichen. Geh die ab, mach ich sofort. Ah, das sind sie doch schön. Ja, hinten sind sie drin. Oh, wie viele. Und vorne kommen gar keine. Scheiße. Scheiße, ich bin runtergefallen. Oh scheiße. Komplett oder was? Nee. Mit der unteren Stufe. Mit E nimmst du die Blöcke weg. Musst nicht kaputt haben. Okay. Geht nicht. Ja, die kaputten musst du kaputt haben. Und die ganzen kannst du wegnehmen. Geht auch nicht. Hast du Blöcke? Moment. Schmeiß dir welche runter. Äh, da kommt was zu dir. Da ist was bei euch. Bleib da, bleib da. Ja, das ist die Riege. Das ist okay, bleib einfach hier. Ich versuch dann zu bauen. Okay, wir können hier hochspielen. Äh, und jetzt? Hier, Ecke. Holy shit. Ganz über das weiße Ecke. Oder du springst auf den Schuss. Das weiße? Ja, über den. Der Magazin ist halt echt scheiße. Abwunscher. Oh, dein väter Polizist ist auch da. Ah. Ist bei denen der Treppe schon wieder auf Party? Ja, und wie. Irgendwie sind Hunde auch irgendwo. Okay. Oh, okay. Wo ist denn dieser Hund, der die ganze... Achso, unter uns ist direkt ein Hund. Wer ist von unten? Er hat den fetten Polizisten gerade umgelegt. Hintergrundmusik. Ich dachte, die Schweizer trauen und dann schießt die Schweizer mit. Ja, ich verstehe es auch nicht. Der alte Käse macht heute wieder. Dann gleich leer mit 7-4-6-2. Jetzt schon? Ist aber schlecht. Hat nicht viel mitgenommen. Hä, von der Seite kommen diesmal irgendwie gar keine rein. Da unten ist der Hund. Die gehen alle hinten rein, ja. Zurecht Schweiz? Wie? Kommst du zurecht? Ja, ja. Ja, ja. Heißt, leck mich am Arsch. Ja, das ist doch gut so gut bei dir. Das kann so gut sein. Wenn ich das nicht anders tun. Au! Mannes Quatsch. Äh, ich bräuchte hier hinten mal echt Hilfe! Ich bin eben schon auf der anderen Seite. Das redet auch. Holy shit! Oh, krass. Ich brauche hier wirklich Hilfe. Das ist doch nicht recht. Ja, gut. Dann machen wir es jetzt so. Oh, nice. Perfekt. Die Grünen habe ich vier Stück gerade hier. Aber die mache ich vor allem. Das kann ich immer. Oh nein, ne Dicke. Bisschen Grün auch da. Das ist aber. Die Polizisten sind. Ein grüner Polizist auch inzwischen. Sind die grüner da unten? Ja. Das ist ja auch normal. Ich habe die Befürchtung. Ich habe zu wenig Muni mitgenommen. Ja. Ich auch. Dabei hatte ich echt viele. Ich habe noch 9 Millimeter. Oh, Achtung. Graben. Achtung. Geier. 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 Was? Sciz б agreed. Was? verliert,driv matching. Ja. Warum bin ich angekommen? Heide. Wo ham? Ich habe 50 TaunENMI7T beneficial. Tesla finns. da hinten aber da hat sich jetzt endlich beruhigt da ist ein riesiger leichenhaufen da unten ich gehe mich wirklich aufwärmen derzeit kann ich mir was essen und rücken man 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 ich bin leer nützt ihr 9mm noch was kann ich dir geben wenn du brauchst nix drin in die kiste oh nein die nutzt auf jeden fall also faszinierend wieviel lootbergs da unten liegen ja ich trau mich gerne molotov runterzuschmeißen genau deswegen bekommen wir eine gemeinsame xp oder ist das nachdem der wieviel schießt ja da kommen ja nur 300 oder sowas ach so ich weiß auch warum ich nicht in allem bin jetzt ist es natürlich was anderes oh scheiße gut ich kann nicht kriegen lady der blutmund war schon eine gute hausnummer alter von der menge ich glaube wir sollten uns demnächst ein neues gebäude suchen ja dann direktier dich ausruhen wir sehen uns nach dem punkt ich gehe runter in den nahkampf ja ärgert sich doch mal ein bisschen mit deiner achse oder so ich sag dir ich gehe runter in den nahkampf bist du mit der pistole da runter oh nein ich bin runtergefallen der scheiß habe wie komme ich jetzt wieder bleib dort da können sie nicht hin wo du bist ja leid da runter oder was ich hoffe sie landet auf der die ist da gelandet die grünen halten verdammt viel aus was ist leite hängt ich bleib erst mal nach vier würde ich verstehen ich habe jetzt schon wieder fast 600 kugeln verballert blablabla und das nur mit meiner einen givelimiter da mann da gibt es geklischt ob das falsch? ne ne die Welle kommt nicht mehr ne ist nur noch eine Stunde einen Notfall haben wir hinter uns ich will gar nicht wissen wie viel Luftdecks wir kaputt geschossen haben naja liegen genug noch da oh ja hi ja 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 Der mit dem höchsten Level soll das machen. Ja. Das wäre... Warte. Gut. Sicher. Nein, ich bin runtergefallen. Verdammte Axt. Ja, aber komplett. Okay, ich renne. Ich renne mal. Ja gut, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Sehr schön. Ich geh mal. Dein Bein ist verstaucht. Scheiße. Ja. 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 Danke. Ich glaube, es ist zum Zeitpunkt neighbors, der absolut... Das war jetzt echt Lack. Oh, fuck. Weg hier. Mach mal die Lupe jetzt hier unten auf, wenn es okay ist. Wie machst du das? Nein. Ja, klar. Wie gesagt, bitte... Ja, weiß nicht viel dabei, ja. Alter, da sind so viele Loot Packs da unten. Hier unten legen auch nochmal zwei. Achtung, erlebt noch. Danke. Hier rechts legen noch, also von euch aus gehen links. Oh la la la. Da war ja auch noch einer. Ja, die haben das Haus gut durcheinander gebracht, würde ich mir behaupten. Das Haus zieht aus. Guck mal im Keller, wie es da aussieht. Oh. Oh la, die Treppe ist zerprügelt, Alter. Oh, da hinten kommt eine Horde. Geh mal hoch und hol die Sachen aus dem Küsten. Ich geh auf meinen Motorrad. Äh, ich geh doch nicht hoch. Warum? Weil die Treppe hier kaputt ist. Oh. Man, ich hab nicht genug holz dabei. Äh, ich hab auch keins dabei. Ich hab... Hinter dir! Eck, hinter dir ist eine Horde. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Das ist kein Thema. Ich komm so hoch. Ist eh down. Ich hab nicht verstanden. Ah, okay. So gute Sachen waren jetzt actually echt nicht dabei. Au. Hör doch auf. Au. Au. Was ist denn mit Au? Seid ihr verrückt? Mit ein Haus, oder? Ich werd gehauen. Ich werd hier unten grad übelst verkloppt. Ja, dann geht doch weg. Oh, ich... Ja, hier ist alles echt fertig. Ich bin tot. Oder? Scheiße. Naja, zum Glück ist es gleich ums Eck. Kannst ja herlaufen. Ich bin tot. Ja, leider können wir ihn hier nicht auseinandernehmen, ne? Ja. Schweine. Schweine? Ja, bitte? Warum ist meine Tür schon wieder kaputt? Ja, das weiß ich doch nicht. Mhm. Die Zombies bestimmt, gell? Ja. Wunderbar. Mhm, mhm, mhm. Habe ich nur was geguckt oben? Hör, 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 hör. Was denn? Ich habe richtig viel Muni verschossen, Alter. Ja, ich auch. Hast du von den 600 Schuss noch was? Ja, 101, ja. Hab insgesamt 800, 900, fast tausend Schuss verballert. ja schreiber richtig aber ich habe einen einzigen einen einzigen fertigkeitspunkt dazu bekommen ich habe zwei bekommen ja das war halt das problem weil du nicht angenommen ist ich fahr heim schnauze voll von hier aber wir haben gar keine muni mehr dann gehe alle 762 ist weg ich habe gerade eben noch gemacht kannst du meine zweite werkbank bauen das war halt einfach doppelt so viel herstellen können modifikation immerhin acht gammelfleisch ich brauche bald er hat denn so viele schienen gebastelt ich hatte noch fünf bei mir weil ich habe die fünf schienen gegen gips ausgetauscht was hat es aufschlussreiche kiste was hattest du für für modifikationen da drinnen das war nur rüstungsmodi und so schmelzen müsst ihr schon einschalten so glückwunsch zu 1500 panthera wir haben keine hülsen mehr doch da so den den join haben wir jetzt komplett verpasst wir haben ein problem was haben wir wir haben kein schwarzpult bei mir in der chemistation ich habe es gemacht dass wir losgegangen sind dann stelle ich mal 762 muni her das wäre nice die schausspritzen sind alle und wir sollten auch während dem normalen use case eigentlich keine versuchen keine munition zu verbrauchen sprich zombies wenn wir unterwegs sind mit der mit der achse oder so zu erschlagen weil dann wir brauchen ja wir müssen echt sparen an munition das wäre nur ein vorschlag von mir abgelehnt haben wir eigentlich nicht jemand der gute schrotflinten bauen kann und kommt übrigens zum medizin bitte weiter du bekommst pc also jetzt 28 pilzer hast bekommen dann kannst du spagetti machen äh in der rohstoffe ja dankeschön wo wir es nicht spagetti wie wir machen können geschossspitzen mein messing ne gute nacht und guten start der woche sven das wünsche ich dir auch schlaf gut ich hoffe du hast einen schönen sonntag gehabt oder ein schönes wochenende und ich wünsche euch allen die jetzt schon ins bett gehen eine gute nacht und eine erfolgreiche woche guten start und erfolgreiche woche ja ja gut dann solltest du vielleicht mal den enforcer lesen in den büchern band 1 und band 6 sind gleich wenn ich es richtig gesehen habe ok ich kann leider nur 3 er schießt wieder anstatt die axt zu nehmen sei ein bisschen sparsam Sano uns geht die muni aus achso Sano uns geht die muni aus nicht einfach drauf ballern in welcher kiste Sano äh oben rezepte bücherkiste entforsam sowieso zum verschreckt haben ja ich denke schweizer nicht wir gehen gleich wieder auf tour ähm Benzin haben wir ja genug glaube ich noch dann sammeln wir doch erst äh Messing ich werde mir trotzdem ein 46er munition für 762 mitnehmen für den notfall äh fahren wir mit dem auto schweizer ja noch ganz kurz moment wegen ähm der bergbank ja kein problem ich will eh erst äh nochmal ganz fix weg bin sofort wieder da bis durch oh nein nein 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 8 6 wie weit hast du das gilt bei der schmiede hat sich nicht abgemeldet gibt direkt eine verwarnung so er ist nur erstmal für alle dankeschön den nehmen wir doch gerne was ist denn hier los jetzt schweizer nicht mit munition habt ihr keine angst oder was wieso schießt du nimm doch eine aktie weil wir keine mut ihr du hast aber nächsten blutmutter war wieder keine munition naja dass ich am 40er kann ich brauchte nicht außer ich selber selber doch nicht sinnlos verbanern sorry ich musste schießt der hund war bei mir war bei dir ok ja heilig du ja steh noch ins feuer ecke sehr gute idee du solltest dir eine heilkiste rausnehmen und an die biotikame auch genug was wollte ich jetzt so einzutieren gerne vielleicht hierhin warum kommen die hunde eigentlich ein und unser zement meister ist nicht da genau wo die new hat jetzt noch mal wie weit hast du dann deine wegbehalten dann deinen schmied gespielt ja schweizer ja sorry ja was ist redest du doch noch mit mir ja ich hab gar nichts dazu gehört wie weit hast du dann deinen ingenieur gespielt ja welchen ingenieur den fortschrittlichen fortgeschrittene ingenieur einer ist ok weil ich bekomme nämlich jetzt auch alles was in der schmiede hergestellt wird kostet alle rezepte 15 prozent weniger oh sondergebot fertigen von stahl alles kostet 25 prozent weniger bei mir ne wird er bei sano habe ich gerade erst gesehen sorry ja weil ich ja weil ich tue auf dings hoch auf zack schon ja ja ich will den tragschrauber machen ich brauche noch einen in der fehlkeitspunkt und dann kann ich den machen ja ich will waffen waffen schmiede irgendwie muss ich machen ich brauche da ein haupt und rezepte hier fährt ich koch das wasser so ähm schweizer haben wir zwei verpieseln uns äh yes wir sind mal weg beim looten tschau ich warte schnell äh essen wollen was wir denn noch mitnehmen naja ich hab 5 fleisch dabei ok wieviel sprit ist drin oh bringt mir verrottetes fleisch wird bring nochmal sprit mit 2000 oder so wir haben nur noch 44 prozent ok ich pack mal meine karre in der garage also ihr könnt jetzt auf maiskolben und auf karotten und so weiter in der essensvorratskiste alles drauf zugreifen so ich wollte nicht mehr so mir wäre mir egal gewesen die gehört kann ich nicht einsteigen ja ja die gehört ne ich kann nicht einsteigen ich geh nochmal raus gut naja ich kann nichts mehr machen mit dem truck warte schon jetzt Sahnehude ausgeschlossen wohin ist denn drin wohin wohin wollen wir wieder in die wüste oder einfach in die große stadt wieder gehen wir in die große stadt wenn ah ne da dürfte ja noch nichts respawn sein glaube ich lass doch lieber wieder in die wüste fahren vor den kleinen weg hinten rum in die andere wüste in der besten dahin wo ihr das letzte mal äh am längsten her ist hier ist kalt suche kleidung oder finde ein unterschluck ich sitze im auto und es hat 30 grad und ich höre das auto übrigens gar nicht damit das ist Hätte ja sein können, dass sie es hören Aber haben sie leider nicht Hey, ich höre das Auto wieder Alter, du kannst echt nicht fahren Also, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit erreichst, ist es einfach ein E-Auto Ein umgekehrter Hybrid Das macht echt viel Benzin Es gibt einen einfachen Weg in die Wüstenstadt über die große Stadt Da vorne So, Eki, was machen wir jetzt? Ich will gerade diese eine Mission da abschließen, die ich da habe Diese allererste Ja, da gibt es einen schnelleren Weg über die große Stadt Ich muss gerade einen Weg fahren Ah, ja, ich sehe es Da, den kleinen Weg Wo ist denn der Airdrop? Ich muss mich verarschen Hä? Der Trouble ist nicht da Der Trouble ist bei mir gerade oben Ich sehe ihn auf der Karte gar nicht, weil ich die Karte nicht aufgedeckt habe Wir brauchen unbedingt eine Sync-Karte oder gleich komplett aufgedeckt Müssen wir mal gucken, was wir da in den Server-Einstellungen machen können Gibt es da vielleicht irgendeinen Mod oder sowas? Nö, das kannst du glaube ich in der Server-Einstellung einstellen, dass es kein Fog of War gibt Ja, aber trotzdem ist doch geil, wenn du noch eine Woche Urlaub hast, Gülle Freut mich für dich Und genieß es Genieß die Woche noch Und schlaf gut erstmal Träumer Schönes Bis bald Ich höre Kirchenglocken Was ist denn jetzt los, Ander? Ähm, soll ich den, die rohen Diamanten verkaufen? Ich bin mir 300 pro Oder brauchen wir die noch? Ähm, du brauchst die halt, um deine Werkzeuge besser zu machen Diamanten So, wohin wollen sie? Äh, ja hier waren wir, waren wir hier schon durch, ich glaube ja, oder? Ach, das kann ich leider nicht machen, glaube ich Woran erkenne ich, ob ich es machen kann oder nicht? Was? Diamanten Klingen Mod Wenn das Schloss dahinter zu ist, kannst du es nicht machen, dann fehlt dir noch irgendwas Okay, also das Schloss ist eigentlich offen Freigeschaltet, dann kann ich das ja ausprobieren mal Den Mod kannst du dann halt auf, äh, deine Spitzhacke das so drauf machen, dann hält die einfach länger Ja, 40 Plätze Verliert die nicht so schnell, Durability Wir können sonst eine Stadt, da warst du noch nicht Ja, da hinten, genau, da waren wir noch nicht Ja, da wollte ich eigentlich ursprünglich hin Okay Leber mechanische Teile Leber müssen wir da haben, ja Mechanische Teile Was war noch? Ja, bitte Wie hast du deinen Führerschein bestanden? Gekauft Das funktioniert aber nicht, was fehlt mir? Hab ich mir fast gedacht Achso Da bin ich hier nur in der Werkbank noch Wollen wir gleich hier rechts anfangen? Ja, können wir mal Ach, da waren wir das letzte Mal, glaub ich, schon drin, oder? Bin mir nix sicher Ja, da war ich das letzte Mal schon drin Da warst du schon? Okay Ja Hier dürfte nix an Loot sein Achso, ob er einen Führerschein hat, ja Schreiber Ich glaub auch nicht, dass Schweiz einen Führerschein hat Der fährt hier mit einem Das ist kein EU-Führerschein Das ist eigentlich schon Schreiber, der guckt da auch noch Äh, momentan nicht Vielleicht später Dann Leute, ich bin mal kurz für zwei Minuten nochmal weg Wir sehen uns gleich Bis gleich Zwei Minuten Zwischenstopp Komm doch bitte, join in den Jet Bis gleich, Leute Ich denke an dieser großen Villa Upside, das waren wir ganz am Anfang, ne? Ah, in der Bahn, äh, waren Eck und ich schon Okay Genau, hier waren wir schon Ja, dann nehmen wir einfach die Häuser da vorn Weil da wart ihr ja noch nicht drin, oder? Hier waren wir noch nicht Ne, wir waren nur in der Villa Ja, dann stellt einfach mal hier ab Fangen wir ein Let's go Scheiß Kaktus Ich bin drin Und du? Ja, ich brauche Messing, darum mache ich die Tieren auf Hier war aber schon jemand Echt? Ja Alle Sachen sind leer Also fast alle Da war Schreiber vielleicht schon hier drin Ja, wobei, nicht ganz Er ist nicht alles leer, aber ein paar Sachen schon Ich fahre nicht drum rum, mich hoch zu fangen Und ich habe, doch, ich habe Holz dabei So, da bin ich wieder Jawohl, tausend Panterre abgesahnt Nice Keine beim Riffle mitgemacht hat, Leute Oh Gott Besser nicht Die Bilder hängen hier auch noch Entschuldige, das habe ich nicht gesehen Ich meinte ein von den Zipfi-Klatschern im Discord Das wollte ich natürlich damit nicht sagen Nö, das war okay Das war natürlich nicht meine beabsichtigte Beabsichtigung Was wollte ich denn gerade machen? Da ist nix So, den Mod 30 Sekunden noch Ach, und schon wieder Viecher Wo bist du? Wo ist die Alte? Och nee Oh, lauter Zombies Okay, unsere Hütte wird eingegriffen Ich kann Dribble-Traschen-Mod fahren Sehr nice Was hast du da unten einen Bohrer oder was? Ja, was hören? Ja, eventuell ich hörst, dass du einen Bohrer hast Was willst du denn da abbauen? Das Auto Ja, aber ich habe keine Ahnung, was ich nachher für den Trats schaue oder worauf Und dann baue ich lieber jetzt so ein bisschen mehr ab Bis gleich wieder ausmisten Vergesst nicht, Kunscher Formen war auf jeden Fall Oh, hier ist es Na gut Das ist alles im Arsch Oh, boy Was ist los, Sano? Sano? Ja Was ist los? Ich muss hier ein paar Sachen ausmisten Okay Und So Nice Wir haben hier gerade sau viel Messing Ja, das ist gut Brauchen wir auch Und wie machst du das? Gehst du da an das Ding hin? An den Türen Und zerschlägst du die Türen Oder wie machst du das? Das Messing? Ja Nee, ich bin hier gerade in einem Haus drin Und da ist alles voll Fast dann Jeder Kommode hier ist irgendwie Messing Ich verstehe Kann aber nichts sein, dass es hier am Tag wohl nichts gibt Komisch So Können wir mal Dann zählen wir überall anders durch, oder? Ja Gut, nächstes Haus, oder was? Yes Ich tue die ersten Sachen ins Auto Ah, okay Ah, okay Deshalb Du musst es schnell durch Ich verstehe Er hat die Hälfte drin stehen lassen Was ist der Ganzen? nach unten. Nice. Machen wir erst das Haus um. Ja, ja. Benjamin Franklin habe ich gerade bekommen. Was ist das? Äh, irgendein Erfolg. Achso. Oh, oh shit. Okay. Das wäre mein Tod gewesen. Das wäre mein Tod gewesen. Gar nichts. Ja, okay. Für Ero gibt es keine Spaghetti mehr. Okay. Macht nichts. Ich habe ja einen Penne-Eintopf jetzt gemacht. Elf Stück für euch. Ja, das. Fress den Penne-Eintopf. Okay, sehr fein. Habe ich gerade gemacht. Brauchst du, äh, Ropfensamen, Ero? Nö. Ropfensamen brauchen wir nur für Bier. Und das hat ja keinen größeren Nährwert. Irgendwie sonst. Bier? Bier hat immer den größten Mehrwert. Ja. Ja, ohne Bier halten wir es nicht. Kriegst du Messing, wenn du Türen zerschlägst? Ja, ich krieg's, ähm, Türknopf-Messing. Ah, okay. Dann... Darum. Viel Spaß bei allen Türen abbauen hier drin. Ja, danke. Ist ja hier unten schon alles... Oh Gott. Oh Gott. Ja, da bin ich auch durchgegangen. Hier drunten. Okay. Lebst du noch? In Café hier unten? Where are you? Zano? Where are you? Where are you? Äh, was meintest du jetzt? Ich muss den Boden was bringen. Der Kaffeebund kann's Kaffee machen und Kaffee gibt den Pusper, das Kaffee, ne? Also mitnehmen. Da tut man ja. Ich weiß nicht, von was du redest hier. Ne, da oben, also doch, da musst du halt hin. Ich guck mir mal den Keller an, okay? Nein, mein Motor ist ganz noch gefallen. Kommt euch das Loch her? Was ist das ja? Hat jemand was gegraben? Da war... Na, große Schwiegermutter. Oh, holisch jetzt. Die da vergraben wird. Ja, ja. What the fuck? Was denn? Alles gut, Betti? Sorry, das muss nicht sein. Inakzeptabel. Ich weiß, dass er sich nicht überlebt. Haben wir eigentlich Kaffee? Oh, geil. Oh, da geht's hoch. Oh, da geht's hoch. Oh, der Keller ist... es gibt hier den dachboden hier links durch so tot stück mülle ist ein geheimraum der absolut nichts bringt der kaffee auch nicht oder steine so viel bringt der kaffee auch nicht oder schweizer es gibt besseren kopf ich glaube dass sie wie bergbauer kaffee oder dem bräuchte ich eigentlich im tiefbau beschäftigt gibt es aber nichts alles noch ein freches maul hast du gar nicht zano kannst du im schweizer irgendwo in den keller irgendwie so eine falle reinlocken dass er vielleicht stirbt kann ich meinen das wäre nett von dir geht uns nicht so auf den sack da ist gleich nichts mehr gibt es noch türen hier drin mal ruf auf die luci hier das war ein resort drin zwei schlagringe level 6 und level 4 kann man aber zerlegen die schlagringe aber rauskommt also aus eisen der hat es auch gerade die türen gehören können ne auch kein geheimgang nichts ich habe extra gebuddelt da war nichts ich habe keine ahnung da war auch eine leiche gelegen die habe ich aber auseinander genommen die leiche aha sind wir jetzt fast gamm oder was leil ich habe hunger wenn du jetzt hast dass ich hunger habe ne arrow wollte doch unbedingt gammelfleisch ich brauche gammelfleisch für einen penne eintopf hä ich will aber kein gammelfleisch essen ich habe das gekocht das ist wieder gut das ist wieder aufbereitet aha you're sure about that du weißt schon was in dem ganzen äh in dem ganzen Beet mit was die erde gedüngt ist Moment das was haben wir das mit Bienchen und Blümchen ja ne nicht ganz ich weiß nicht wo ich als nächstes hin soll schweizer lass mich einsteigen ja das ist die straße anfang hier links beim Mössenhaus ok let's go ob alle zwei Hosen haben hier ist schon mal ein Durchgang ok das war nicht wir können einfach die offene Tür hier hin aber erzähl's keinem ne ja das ist auch so 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 wie wenn du gegen eine Metallwand haust oder gegen einen ja gegen einen Tresor oder sowas was halt ist halt so ok jetzt glaubst du gegen eine massive Stahlwand ja voll da hier gegen einen gegen einen Tresor oder sowas ja das ist eine Erdsoße das klingt eigentlich recht realistisch das klingt echt ganz gut das klingt echt ganz gut aber ja was willst du machen du guckst ist halt so ist halt so ist halt so das ist echt dämlich das ist echt dämlich auch denn so schlecht texturiertes Holz das ist halt mal so gell und was hast du getrieben heute wie war dein Sonntag gut das ist halt so ey so ein kleines Haus das Haus ist echt Das ist easy, ja nice. Wie war das Wetter bei euch? Bei uns war es heute wechselhaft irgendwie, ganz komisch. Es konnte sich nicht wirklich entscheiden. Regen. Ist überall glaube ich. 20.000 xp mit einem Mal. Hast du noch was zu essen dabei, Schatz? Schatz hat immer was zu essen. Käse. Guck mal hier. Also hier hat der World-Gen wieder zugeschlagen. Okay. Okay. Sehr interessant. Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Oh. Oh lol. Au. Kommst du runter? Hier unten geht es gleich zur Sache. Rollen wir halt von unten nach oben auf. Jetzt mit Kaffee in den Toast, da geht es wieder richtig die Post ab. Da kommen die Mechs. Was, die Mechs? Die Militär-Toilette. Achtung, Achtung, Achtung. Warum hau ich eigentlich zu, wenn ich 5 Milliarden Schrotkugeln hab? Habt ihr eigentlich auch grad 20.000 xp bekommen? Nö. Okay. Du bist Level Up. Das heißt, ich kann jetzt gleich den Traumschauber bauen. Hi. Äh, ich bin voll. Scheiße. Schweizer mein Liebster. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ein gescheit. Ich könnte dir ein Teller-Spaghetti anbieten. Dereckiger. Dereckiger. Ich kann ja fern. Ey, du kannst auch zum Hals gehen, Söhne. Was willst du eigentlich, Schweizer? Ich baue dir grad einen richtig schönen Kenner. Oh, die Satür. Ich hab die ignorierend zur Kenntnis genommen. Oh, jetzt geht er raus, doch schau. Ja, äh. Äh, das geht. Wie immer, Hei. Dings versteckt. Bin's gewohnt, weißt du. Immer das Gleiche. Nee, nee, nee. Nimm den Schlagschrauber. Dann kriegste Elektro-Teile raus. Ach so, Scheiße. Dann trinke ich nichts. Oh. Okay. Loll. Loll. Den Keller. Dann können wir ja kurz am Auto auslenden. Guck mal, da unten gibt's was Schönes. Da ist ne Bank her. Iiii. Oh, ein Baum. Da freut er sich aber. Hehehe, ich bin ne P*** an Boden. Ich geh mit wegfett. Oh, kotze die wegfettfett. Bei dir, oder was? Das Level mach ich jetzt noch. Das Level mach ich jetzt noch. Oh, lol. Ja, moin. Rauf auf die Luzi. Was kann ich hier wieder rausfinden? Ich hab keine Ahnung. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Jetzt dachte ich, da kommt gerade ein Zombie runter. Du musst tiefer graben, Ecki. Du musst tiefer graben. Ja, ich sehe ja die Meta-Angabe, also wie weit ich davon entfernt bin. Es muss ja sein, dass es in der Decke ist. Ich grabe mal nach oben. Ich gehe mich, glaube ich, mal im Auto ausleeren, wo ich es nicht in der Ausgang. Das wird sich an, irgendwie. Ja. Ah, hier ist es. Oh, nicht schon wieder. Oh, die Nacht bricht an. Bist du in einem anderen Keller? Nein, nein, ist der gleiche. Aber hier liegen Gleiche, die wir nicht aufgenommen haben. Oh, Ecki ist tot. Oh, Ecki. Ecki? Ecki? Was? Was? Da ging ja noch eine hoch. Was hast du zu deinem Verteidigung zu sagen? Ich glaube, ich bin auf eine Mine getreten. Was? Es gibt Minen? Ja. Ich glaube, Schweizer, das Auto ist voll. Dein Ernst? Jep. Scheiße. Ja, dann, äh, ich will den Ausgang finden. Okay, da komme ich nicht mehr raus. Ja, ich kann mich noch voll looten. Ich bin komplett leer, fast. Okay. Also, wir haben jetzt 5800 Blei und 6000 Blei sind in der Schmelze und 2900 Eisen sind noch in der Schmelze. Ja, das Problem ist, wir brauchen Messing, keine Eisen, kein Blei. Ja, ich habe halt kein Messing-Mine, ich habe halt nur eine Blei-Mine hier. Ich kann halt das abbauen, was ich habe. Ja, ich habe es gesehen. Ich fahre jetzt mal schnell zu meinem Charakter. Mach mal eben Parkouren, dann komme ich zu dir. Was auch immer in dem Luftfilter, Mine und... So, das doch... Was sind denn Luftfilter? Ich brauche einen anderen Ausgang. Und zum Kind am Haushalt schmerzen. Nein. Ach so. Wo bist du? Aber schau mal, was hier ist. Ölschiefer? Nee. Nicht? Ach, das ist keine Ölschiefer. Ach scheiße. Das ist Eisen oder so. So, sollte ich da sterben, ich level mich noch kurz. Warum stehst du? Warum stehst du? Ja, nur wegen dem Malus dann, was sie... Hä? Die Punkte, die du hast, die bleiben... Oh. Das sind nur die EXP, wo du einen Malus bekommst. So, machen wir das. Sehr nice. So, also ich bin auf jeden Fall schon mal... Bergbau-technisch nicht schlecht dabei. Ich habe Konstruktionseigenschaften. Bergbau-Meister alles voll und Hauptader 4 von 5. Also ich mache so Abbau-Dinger da. Nicht gar nicht schlecht dabei. Ach, willst du jetzt erst heimfahren? Äh, ja. Und dann kommen wir wieder zurück. Du fährst in die falsche Richtung für nach Hause. Aber erzähl es keinem. Ja, ich möchte halt die Hauptstraße anschauen, darum. Wissen, wo die hinführt. Meine Ausrede verlegen. Ja, ja. Du mich auch, Eki. Hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt, dafür gewinne ich jetzt einfach mal 100 Millionen. Da vorne ist Schneebium und wir haben eine Stadt vor uns. Was? Ich habe heute noch nicht dein einziges Mal einen Slot gewonnen. Und selbst Play verliere ich. Naja, wie dem auch sei. Leute, ich verabschiede mich für heute. Wie? Ja, ich muss morgen früh aufstehen, weil ich zum Medical muss. Was? Ja, ich habe Fliegerarzt. Termin. Termin, Termin. Es könnte sein, dass wir wieder vor dem Blutmond stehen, bis du kommst. Ja, das passt schon. Oder vielleicht den nächsten Blutmond schon wieder hinter uns. Ach, nö. Naja, wurscht. Ja, ich denke allzu lang machen wir auch nicht mehr. Nö, nö. Na gut, ich wünsche euch was. Macht es gut. Gute Nacht. Mach's gut, Ero. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 So, ihr Lieben, und genau so machen wir das jetzt hier auch.